Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meins vorneweg. Aus rechtlichen Gründen steht dort Dauerwerbesendung, aber dieses Video wurde natürlich von niemanden irgendwie finanziert oder gesponsert oder ähnliches. Heute möchte ich euch mal meine neue Internetleitung vorstellen, die heißt Red Internet & Phone 1000 Kabel von Vodafone. Ich wohne hier in Dresden und habe das große Glück, dass Gigabit dort seit Dezember ausgebaut ist und seit Mitte Dezember ungefähr habe ich die Leitung. Und die hält auch so ziemlich immer das, was Vodafone verspricht. Und das Gute ist, die ersten 12 Monate kostet der ganze Spaß 1999 und danach 49,99 und man hat die Option kostenlos zurückzugehen auf seine alte Leitung, also auf seinen Vertrag, den man vorher hatte. Und ich hatte vorher die 32 M-Mitleitung. Und ja, und jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, ach nee, das geht nicht, da gibt es viele Leihen. Bei mir hat das bisher immer geklappt. Ich hatte mal die 100 M-Mitleitung sechs Monate zum Test, da konnte ich kostenlos zurückwechseln. Und die 400 M-Mitleitung hatte ich mal zwölf Monate zum Testen. Man muss halt natürlich immer die Fristen einhalten, die Vodafone eingibt. Und gleich am Telefon klären, ob es kostenlos sein soll oder nicht. Und natürlich ob das neue Modem kostenlos ist, weil man, bisher brauchte ich immer eins. Ich habe insgesamt jetzt das dritte Modem. Und für Gigabit brauchte man eh ein neues mit DOCSIS 3.1. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier sehr zufrieden. Die Leistung ist da. Ja gut, das sind bloß knapp über 900. Das liegt aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass der Chip, der auf meinem Mainboard verbaut ist, also ich bin per Kabel verbunden zwischen Modem und Mainboard. Das ist ein Intel-Chip, dass der die Leistung überhaupt gar nicht bringt. Dieses komplette Gigabit. Kann daran liegen, muss ich daran liegen. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich habe es noch mit einem anderen Chip getestet. Mit einem Realtek Chip in meinem Laptop. Und da sind ungefähr ähnliche Ergebnisse. Das sind so um die 930 Mbit habe ich dort im Download. Und hier sind es immer so knapp um die 910 bis 920. Also relativ ähnlich. Der Upload ist natürlich immer gleich mit 50 Mbit. Das ist natürlich absolut spitze, wenn man mal was wegschicken will oder so oder bei YouTube was hochlädt. Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, sich das Ganze zu holen. Es ist Wahnsinn, was Vodafone da gemacht hat und geschafft hat. Also ja so, das war es dann erstmal dazu. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann bis später.